Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Metroid Zero Mission! Das letzte Mal haben wir das Hauptspiel, kann man sagen, abgeschlossen und sind jetzt hier in diesem kleinen Bonus-Kapitel, was wir allerdings spielen müssen und zwar sind wir Zero-Stoot-Samus, wir können absolut gar nichts mehr, ja Wir haben unsere, ähm... Hm, ja Wir haben unseren Anzug verloren und damit auch all unsere Fähigkeiten, Waffen und sonstiges Wir haben jetzt nur noch hier eine Betäubungspistole, die so ungefähr gar nichts kann Und ja, wir können immer noch einen Wandsprung, sehe ich gerade Das ist natürlich, das ist natürlich schön Wir können es auch noch festhalten Das ist schön, okay Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal Ähm... Ja, wir müssen uns jetzt in dieses Mutterschiff reinschleichen Warum auch immer Samus das jetzt machen will Wenn sie gar keinen Anzug hat und sich einfach überhaupt nicht wehren kann Aber gut, ne? Äh, okay Ach, okay Ich sehe jetzt nicht die Punkte auf der Karte Powerbomben, okay, das ist natürlich wieder der Hinweis darauf, dass wir tatsächlich Jetzt erst die Powerbomben kriegen Ich schätze mal, die gab es im Originalspiel nicht Würde ich jetzt einfach mal die Theorie aufstellen Sondern, dass die erst so mit Metroid 2 oder Super Metroid kamen In Super Metroid gab es die auf jeden Fall Aber in Metroid 2 weiß ich allerdings nicht Da oben sind schon die Weltraumpiraten Das ist schön Eigentlich nicht Ähm, okay Geht nicht Ah Schwupp Äh, schwupp meine ich Boah, wie es gerade richtig Eingefaded ist, äh Äh, okay Sollte es eine Art Kamera sein oder so? Bewachungskamera Ich glaube, es war das da gerade, oder? Oh Gott Oder das Licht, was mir hier gerade verfolgt Ich weiß es nicht Äh, Gott Ja, jetzt sind wir in einem Stealth-Game gefangen Das ist natürlich wunderbar Weil, äh Ich liebe ja Stealth-Games Deswegen spiele ich auch gerade MedicaSolid Moment, das gab jetzt keinen Sinn Ich hasse Stealth-Games Aber MedicaSolid spiele ich wirklich Ach, du Heilige Okay Chosodia heißt das Gebiet Oh Gott, das ist ja Übersichtlich Äh, äh Okay, hier kommen wir nicht rein Brauche ich wahrscheinlich wieder meine wunderschönen Raketen für Deswegen kann ich vorhin auch grün Achso, weil ich super messer Das war Ha, ha Ach, schau meine an Energiefahrt hat wahrscheinlich wieder hergestellt Hey, immerhin haben wir die Energietanks wieder So, speichern Ja, dankeschön Äh, achso Da oben kann ich nicht lang Kriegen kann sie Das ist schön Oh Gott Okay Der dreht sich um Wupp, wupp Äh, das war kacke Moment Wupp, wupp Achso Du warst noch nicht wieder umgedreht Ja, geil Spring, Samus Ja, okay Ripp War schön Hat Spaß gemacht Was war das denn? Richtig dumm Ach komm, töte mich Ich will nicht mit so wenig Leben hier durchlaufen Aber der hat sich rumgedreht Och Mann, ey Ich hasse es, der ist, ne? Ich hasse es Ich hab keinen Bock mehr aufs Death Game So eine Scheiß Javi, Magic, Sonic gespielt Beyond Cold Und Evil Ist auch Ihnen so ein Halbes Death Game Leider Hä?! Der dreht sich von allein um Das ist doch Bullshit Kommt ihr da Blödsinn, ey Oh lol Okay Komm Aber der geht noch Kann mich da wieder verstecken Blille Ah Verpiss dich Genau bringt jetzt wenig ich habe in meiner waffe oft bei bomben dinger kaputt machen ist gut zu wissen das ist wahrscheinlich todeslaser gehe ich mal von aus da sollte ich nicht reinlaufen werde ich wahrscheinlich gefunden gesehen oder gleich getötet das weiß böse ist auch echt so ein bisschen krebs gerade ich weiß nicht so ganz wo ich hin will merkt man vielleicht ach da jetzt sterbe ich einfach ist das lächerlich ist das lächerlich was ich hier gerade abziehe ich komme nicht durch das macht euch richtig spaß gerade ich will nicht wissen wie oft ich in diesem let's play gestorben bin das bricht wirklich alle rekorde was halt wirklich sinnhaftigkeit angeht natürlich bin ich keine ahnung medikestall öfter gestorben aber medikestall stört man halt auch leichter so wisst ihr andere menschen normale menschen ich dachte ich denke immer wieder dass ich glaube ich muss einfach gesehen werden an dieser stelle keine ahnung normale menschen spielen das spiel durch ohne einmal zu sterben ja aber ich bin bestimmt schon zehnmal gestorben meine güte gehen wir im prinzipien mit dem durchballern da spaß habe ich gerade richtig merkt ihr viel daher merkt man vielleicht mal gucken was passiert okay diesmal nicht schießen beziehungsweise ein bisschen anders schießen okay du kannst klingen kannst klingen wauw wauw i wauw 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 Oh, Gott. Wow. Zero Suit Samus, ne? Bezahlt, dass du deine Scheiße wieder zusammengettest. Zero Suit Samus ist ja auch ein spielbarer Charakter in den Smash Bros. spielen, beziehungsweise in Brawl war sie ja quasi nach Samus Ulti hat man Zero Suit Samus gespielt und in den anderen Smash haben sie es dann einfach komplett eingeführt. Haben sie dann einfach als eigenen Charakter eingeführt. War ganz cool. Wobei Zero Suit Samus immer ein bisschen geiler fand. Also, äh, was heißt geiler? Sie hält halt weniger aus und so, ne? Aber irgendwie kam ich mir die, glaub ich, immer besser klar. Naja, ich hab nur versucht, Samus Main zu sein, weil Metroid so geil ist, aber es hat nie so ganz funktioniert. Okay. Dann kommen wir nicht rein. Ich glaub, in dem Spiel muss man einfach manchmal gesehen werden. Ich glaub, man kann sich hier gar nicht... Ich glaub, man kann sich gar nicht komplett durchschleigen. Es soll einfach nicht funktionieren. Seht ihr? Ähm... Aua! Hab jetzt eh mal nicht gespeichert. Ich hoffe. Und nicht nur meine Leben aufgefüllt oder so ein Bödsinn. Tu es doch jetzt nochmal, warum nicht? Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, äh. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Einfach völlig overpowered zu sein. Also nicht overpowered zu sein. Die Gegner sind ja einfach krass over... Boah, ich... Man, ich... Ich hab aber auch einfach keinen Skill in diesem Scheiß-Game, ey. Nicht mal am Ansatz, ey. Da glaub ich Hopfen und Mais komplett verloren, ey. Ja, wow, jetzt wird das... Ach, fuckt euch doch, Alter. Fuck... Fuckt euch doch alle, ey. Werdet wieder gesehen. Hier hätt die ganze Zeit reingemusst. Gut zu wissen. Vielleicht bin ich eh tot. Bääääh. Ich hab mich umgebracht. Mann, äh. Wenn ich jetzt irgendwo da hinten spawnen, ne? Dann kotze ich aber am Strahl. Dankeschön. Schwupp, 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 schwupp. Was sind das so rum für ein gelbes Zeichen? Da waren wir eben drin, glaub ich, ne? Äh, egal. Später wahrscheinlich. So, zack. Wurde ich gerade getroffen? Nein. Ich glaube, man kann hier nicht durch, ohne gesehen zu werden, aber man kann hier bestimmt durch, ohne getroffen zu werden. Leih, die haben sich halt gegenseitig getroffen. Das war ja cool. Äh. Äh. Bin ich jetzt safe? Ich glaube schon. Sehr schön. Bebe, bebe, bebe. Wenn ihr also noch meinen Anzug habt, dann seid ihr einfach alle tot. Oh Gott. Ich glaube, da werde ich gesehen, wenn ich da reinlaufe. Theorie. Ja, natürlich, ja. Ja, natürlich. Fuck you. Fickt euch doch alle hier, ey. Ihr dummen Weltraumpiraten. Okay. Da nicht rein. Wow. Ja. Haha. Hä? Wo alles kaputt geht, ey. Das ist nicht besonders stabil, dass das Schiff hier, wenn ich das immer so sagen darf. Äh. Gott, ist das ätzend gerade. Äh. Okay, komm schon. Speisern, ja. Ja. Danke. Okay. Okay, ich habe aber, ich habe aber schon recht viel abgeschlossen hier. Bitte, ich merke bitte durch, als ich dachte. Ich glaube, ich glaube, so soll ich hier nicht drüber, aber hey. Oh Gott. Ja. Gigi. Ha, 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 ha. Bi, 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 bi. Bi, bi, bi. Warte mal, kann auch hier. Bi, bi, bi. Geil. Wenn ich quasi während des Schusses, ey, drücke so, bi, 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 bi. Also, falls ich voll so einen Rückstoß hätte. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob ich hier, ob sein darf, sein soll, weil... Ne? Ihr versteht schon, weil ich mich da eigentlich rübergebackt habe gerade. Sieht aber... Oh. Was zum Fick. Ich bin gleich tot, ne? Okay, ich kann hier eine Powerbomb legen. Das sehe ich doch. Oh, in der Schuss, oh. Keine Ahnung, wo ich hin will, hin muss, hin kann. Hilfe. Ah. Oh. Give me shelter, ey. Oh, what the fuck, Alter. Wo bin ich hier? Mutter. Bin ich immer noch im Haste-Mode? Aber, ja, ich wollte gerade... Hey, warte, ja, nein, ich bin hier... Ich bin hier aber auch am, am, ne? In Shosodia. Äh, Shoso-Ruinen. Ne, wie heißt das? Der Shoso-Ruinen. Keine Ahnung. Könnte gut sein, dass ich hier irgendwo von dem Shoso gleich mein ganzes Zeug einfach wieder bekomme. Können wir voll gut vorstellen. Das wäre richtig sexy. Ich hoffe nicht drauf, aber... Also, ich hoffe schon drauf, aber ich rechne nicht mehr damit. Alter, dass ich das da noch nicht gesehen wurde, ne? Das grenzt an ein Wunder. Wo will ich hier eigentlich gerade... Wo will ich hier eigentlich gerade hin? Soll ich hier ein paar Walljumps machen? Wie wäre es damit? Oh Gott. Okay, irgendwann lässt meine Walljump-Fähigkeit einfach nach. Irgendwann bin ich einfach zu kacke dafür. Witzig. Ich muss da sogar ran. Ne, hö. Verstehe ich nicht. Ach hier. Och Gottchen. Hier ging's lang. Die ganze Zeit. Lass dich doch fallen. Mein Gott. Äh. Ich hab Angst. Oh Gott, nein. Tschüss. Oh Gott. Ich weiß nicht so genau, wo ich hier bin. Und ob ich hier hin soll. Ich bin allgemein gerade so ein bisschen... Ich laufe im Kreis. Sehr schön. Oh Mann, ey. Ja. Macht gerade richtig Spaß auf jeden Fall. Ich wollte jetzt auch eigentlich schießen. Aber gut. Nein. Ich laufe so schnell, dass ich schieße. Oh Mann, ey. Okay. Zu krass für mich. Tut mir leid. Damit komme ich nicht klar. Ich will noch ein paar Jahre dauern, bis ich hier durch bin. Oh. Will ich wirklich 100% machen? Hab ich mir das richtig überlegt? Hier, kack drauf. Ich bin der Warjump-Profi. Ich bin noch nicht der Warjump-Profi. Okay, ich bin wieder gegenseitig. Ich finde ihn super. Das ist doch immer dieselbe Grütze hier. Obwohl, hier... Hier hab ich mich noch nicht runterfallen lassen. Macht aber auch mal so... Ach nee, warte mal. Hä? Das fühlt im Kreis die Kacke hier. Ich muss irgendwie entkommen und da hinkommen. Da oben. Ungesehen da hinkommen. Du sollst es kaputt machen. Mein Gott, Mädel. Ja. So wird da natürlich... viel draus. Schade. Dachte, ich war vielleicht ein bisschen dumm. Du würdest nicht merken. Okay, da oben. Wo zum Fick bin ich hier? Alter! Was ist hier los? Was soll denn der Scheiß? Oh, Mann. Ah! Das macht doch schon wieder keinen Spaß hier, äh. Himmel, Herrgott. Ich könnte mich einfach mal nicht völlig wahnsinnig hier durchrennen. Und mich einfach mal... So wie es das Spiel auch eigentlich von mir will, durchschleichen. Ja? Damit ich quasi auch... Unbeschadet da ankomme. Oh, das ist doch scheiße! Die kommen halt von beiden Richtungen, ey. Das ist ein Blödsinn. Ach, komm, ey. Eigentlich kann ich... Eigentlich kann ich... Ich kann mich doch sowieso gleich wieder töten. Das bringt doch eh nix. Ich muss hier ungesehen durch. So ein Blödsinn, ey. Jetzt töte mich! Mein Gott! Ach, nee, ey. Das ist doch kackig, ey. Oh, ja, ey. Fick dich, Spiel. Ernsthaft? Fick dich mal so richtig hart, ey. Was soll denn das? Jetzt werde ich gesehen und ich kann aber komplett knicken. Ich muss mich umbringen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich kann hier nicht entkommen. Entgeht in diesem verfickten Scheißabschnitt einfach nicht. Oh, und dann hält Samus sich wieder an irgendeiner Kacke fest, ey. Ich will nicht, dass Samus an Scheiße festhält, Mann. Oh. Ich glaube, das zählte. Also zum was checken, wo das herkam, so. Tatsächlich. Sehr schön. Mein Gott, war das nervig. Leck mir die Eier. Oh, Gott. Okay. Ich habe es verstanden. Ja, okay. Mein Fuß hängt unten drunter, deswegen wurde ich gerade gesehen. Wo das halt eigentlich gar nicht funktionieren soll, vermutlich. Würde ich mal die Theorie aufstellen. Klötter schneller, Samus, Mann. Alter, wie das rumleckt. Leckt mich am Arsch. Leckt mich am Arsch. Gott, ey. Hä? Ja. Fuck you. Wenn wir jetzt sterben, dann ist es vorbei. Scheiße. Das entdecken kannst du hier aber auch knicken, ey. Ich mag das Milch hochbaggen mit dem... Mit dem, ne? Versteht schon. Was heißt baggen? Das ist ja vom Spiel so gedacht, ne? Man kann es ja. Oh! Powerbomben! Ich will sie. Hier und jetzt. Da kommt noch irgendein Drecksabschnitt. Das kennt man ja. Ne. Oh mein Gott. Ich kriege die Powerbombe. Ich raste aus. Ah! Ne. Ha. Ja. Ich fass... Worauf verschleimt sowieso erstmal mein Anzug wieder? Sonst bringt mir das eh nichts. Ja. Renn durch damit weg, du Spastiker. Kein Problem. Oh Gott, nein. Ich werde gesehen. Oder? Oh mein Gott. Mutter. Ich habe ein bisschen Angst. Das hat man vielleicht gemerkt. Ja, wenn wir Zoff jetzt rausgucken, werde ich bestimmt gleich wieder gesehen. Ne. Bisschen triggern muss man es ja. Sonst ist es ja langweilig. Komm schon! Ich fiers. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay. Danke. Für gar nichts. Ihr wisst schon, ne? Wenn ich jetzt verrecke, dann habe ich seit tausend Jahren keinen Speicherpunkt mehr gehabt. Ich habe, also ich habe seit 2000 Jahren keinen... Ja, okay. Das war's. Oh, ne, ey. Oh, ne, ey. Oh, ne, ey. Was verkehrt mit dem Spiel heute? Oh, ne, ey. Ach, komm, ey. Mann. Ja, okay. Okay, das war's. Das war's. Tausend Jahre neu spielen, ey. Ich freue mir einen Ast, ey. War ich gespeichert? No, bevor ich hier überhaupt... Ah, das war... Ha, fuck you, Spiel, ey. Geh mir nicht auf den Sack, ey. Oh, ja. Bis zum nächsten Mal.